Hallo, ich bin der Noah, ich bin 16 Jahre alt und ich spiele den Alfred. Alfred schaut liebend gern Fernsehen mit seinem Sohn Uwe. Er ist unglaublich stolz, dass er diesen Fernseher angezahlt hat. Er ist auf Harmonie in der Familie aus und würde am liebsten alles vergessen, was in der Vergangenheit passiert ist. Im Phoenix Theater kommen unglaublich viele verschiedene Jugendliche zusammen und verfolgen ein großes Ziel, ein wunderschönes Theaterstück auf die Beine zu stellen und auf dem Weg dorthin entwickelt sich jede einzelne Person unglaublich weiter und das finde ich einfach unglaublich schön. Man kann ultra viel aus den Stücken mitnehmen. Ich selbst habe unglaublich viel über die Nachkriegszeit, über die Hamburger Flugnacht gelernt und habe sehr viel daraus mitgenommen. Und das Phoenix Theater Rastatt prägt die Jugendkultur in hier in Rastatt maßgebend und deswegen sind wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Aus diesem Grund möchten wir uns ganz herzlich bei den aktuellen Sponsoren bedanken, die dieses Stück erst möglich gemacht haben. Auf der einen Seite ist mir das Stück sehr wichtig, da ich sehr viel Wissen, geschichtliches Wissen für mich selber mitnehmen konnte, da wir viel im Hintergrund recherchiert haben über den geschichtlichen Background und die Zuschauer können natürlich davon auch sehr viel mitnehmen und das Stück zeigt die Geschichte so wie es war, beschönigt nichts und dass wir einfach nicht die Augen vor der Geschichte verschließen sollten und sie so nehmen, wie sie war. Ihr habt noch an vier Tagen die Chance, das Stück zu sehen. Here comes Dime on Air Force Ninja Jumali 1 3 1 2 6 5 7